Da können wir dann auch schön gucken, dass wir das auch noch mal so ein bisschen begrünen. Der Zaun hier, der ist so ein bisschen, ne. So, sonst sieht das halt blöd aus. Das kann man hier an der Einstellung einstellen. Seht ihr, wenn man das hier wählt, hier unten das, dann könnt ihr hier am Pfosten das nach unten einstellen, wie lang das werden soll. Weil dann könnt ihr nämlich genau das, was hier passiert ist, könnt ihr umgehen. Dass das halt irgendwie dann, dass der Zaun dann in der Luft schwebt. Das ist halt so ein bisschen doof. Das ist wirklich so ein bisschen blöd dann. So, ich würde hier ganz gerne, was haben wir hier? Ein großer Wassertrug, okay. Extra große Schlafmöglichkeit. Gelände machen wir hier vielleicht. Pels rein. Vielleicht noch ein bisschen Gras drüber. Und dann machen wir da die Schlafmöglichkeiten rein. Guck mal, so ist das doch wunderbar. Wenn ich das jetzt noch mal ein bisschen ebne. Da muss ich jetzt natürlich wieder gucken, dass ich da wieder pinsel. Da habe ich hier nicht dran gedacht, ne? So. Guck mal, aber so haben die hier doch eine tolle Schlafhöhle, finde ich. Finde ich gut. Hier hinten, das ist jetzt so ein bisschen frei geblieben. Da muss auch was hin. Das ist jetzt natürlich blöd, weil ich stehe jetzt mitten im Weg. Aber hier muss irgendwas hin. Mag diese... Diese leeren Räume mag ich nicht, wenn die entstehen. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass die... Dass die Bäume den Gästen hier, den Besuchern nicht unbedingt durchs Gesicht wischen. Das heißt aber, wir könnten das Ding hier eventuell hinstellen. Das ist ein bisschen schlanker. Ja, guck mal, das funktioniert doch. Das funktioniert doch. Das können wir jetzt vielleicht noch mal kopieren und noch mal hier hinstellen. Guck mal. Ja, dass wir so ein bisschen so einen Abschluss haben. Ein normaler Zoo hätte nach außen auch eine Außenwand. So, aber guck mal, das hier reicht doch auch. Ist doch ausreichend. Ist doch gut. So. Okay, gut. Dann brauchen wir hier natürlich auch wieder noch ein Tor rein. Völlig klar. Das machen wir mal da hin. Und wir brauchen... Weißt du, wir brauchen... Die Zuschauer, die Besucher wollen. Hier eine längere Partie mit der Glasscheibe. Die würde ich auch ganz gerne wieder ersetzen durch die Mauer. Durch diese Ziegeldinger da. Das machen wir auch noch bei den anderen. Dann guck mal, dann können die nämlich von hier oben wunderbar reingucken in das Gehege. Das ist doch optimal. Generell, Gelände machen wir hier noch. Das raunen wir noch auf. Huch, das wollte ich nicht. Ich wollte das einfach nur ein bisschen glätten. Ich hoffe, dass auch noch so was wie Gämsen, Steinböck oder so irgendwas reinkommen. Die halt wirklich so gerne richtig klettern möchten. Das würde ich mega finden. Ich fand früher in Zotakun immer die Steinböcke sehr, sehr cool. Die haben mir da immer sehr, sehr gut gefallen. Und ich würde mich mega freuen, wenn sowas jetzt auch wieder reinkäme. So, guck mal, das ist doch gar nicht mal schlecht. Es sieht natürlich hier alles nicht so schön aus. Es ist eine ziemlich karge Landschaft, das muss man so sagen. Arterhaltung hat gerade wieder ein bisschen abgenommen. Das ist eine ziemlich karge Landschaft. Wie gesagt, das kann man nicht anders sagen. Aber ja, ich freue mich dann auf die grüneren Zoos. Ich freue mich auf die grüneren Zoos, wo alles ein bisschen hübscher aussieht. Und nicht so trocken ist ja dann eher meins. Gobi! Wir haben jetzt wieder keinen Strom. Aber das macht nicht. Zack, zack, zack. Kann man auch noch eine hinpacken. Mülleimer dazwischen, dass sie hier auch den Kramsgut wegpacken können. Und was ich hier noch gerne hätte, wäre eine kleine einzelne Toilette. Das ist eine kleine. Okay. Ja. Wir könnten die auch hier vielleicht zwischen den Bäumen verstecken. So, guck mal. Wir brauchen ja auch nochmal irgendwo Toiletten. Wir haben kaum Toiletten. Das könnte ich dann auch verstehen, wenn die dann keinen Bock haben, zu uns in den Zoo zu kommen. Und Spendenbüchsen. Und Spendenbüchsen. So, da platzieren wir welche. So, jetzt kommen aber mal die Tiere hier rein. So, es geht jetzt auch gerade wieder nach oben, bergauf. Und ich hoffe, dass die meine... Na ja, guck. Ich glaube, die werden jetzt für die Preise nicht mehr verkauft. Ich hoffe... Das ist die, hallo. Das ist momentan noch ein bisschen nervig. Dass das hier mit dem Verlegen doch teilweise so buggy ist. Mehrere Wasseraufbauten. Jetzt habe ich aber auch gerade echt hier Arschkirmes. Jetzt geht gerade alles auf einmal kaputt. Das ist wie im echten Leben. Wie im echten Leben. Da geht auch immer alles gleichzeitig kaputt. Hallo. Ich möchte Maple bitte verlegen. Boah. Dürfte ich Maple bitte verlegen? Da ist der erste Wolf. Da kommt der Waldo. Das ist bestimmt von einem deutschen Spieler. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Die Hege ist gar nicht so schlecht. Lebensqualität ist natürlich ziemlich chaotisch, ne? So. Wir filtern auf das Wölfchen. Und? Wir stellen Sprinkler auf. Wir stellen hier ein Futtertablett hin. Wir stellen hier ein Futtertablett hin. Dann kriegen sie hier so einen Leckerli-Futterspender. Oha, die kloppen sich sofort. Ein Kauspielzeug. Und ein Karton. So. Gehege. Temperatur. Gelände. Ja. Temperatur müssen wir auch nachgucken. Wir brauchen... Warum kann ich die Klimaanlagen nicht wählen? Das ist komisch. Das ist das falsche Gehege. Äh, jetzt brauche ich mal die Heatmap. Wir werden die Temperatur so kopieren. Und so ein Ding werden wir nochmal kopieren. Und das kommt hier hin. Oh, die hassen sich aber ordentlich. Dann sollten wir den Sprinkler aber vielleicht... ...da hinpacken. Und den hier packen wir da hin. Das ist dann temperaturtechnisch gesehen, ist das die sinnvollere Variante. Und so einen Sprinkler könnten wir auch nochmal hier hinten hinpacken. Wobei hier auch einiges an Bäumen noch hinkommen wird. So, wie sieht's aus? Ähm... Jetzt müssen wir uns am Boden. Wir haben viel zu viel langes Gras. So wie nicht Erde. Erde kann man hier besonders beim Wasser ein bisschen rumbasteln. Erde wird jetzt schon reichen. Schnee nehmen die auch. Ah, hier hinten können wir auch nochmal ein bisschen Schnee hinmachen. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir das lange Gras wegbekommen. Wo ist mein Gelände-Tool? Mann, nee, diese... Also wirklich, das hier ist immer so... So, hier, weg mit dem ganzen langen Gras. Oben scheint sehr viel langes Gras drauf zu sein. Dass sie sich hier dran auch stören, ne? Hier könnten wir eigentlich auch noch mehr Fels drauf machen. Würde eigentlich eher passen. Ja, und das ist halt das, was ich meine. Sieht halt momentan alles sehr, sehr karg aus. Wenn wir hier irgendwie was basteln. Weil hier halt momentan alles sehr, sehr trocken ist. Weil wir halt hier von der Map her eine sehr, sehr trockene Map gewählt haben. Aber da ging ja momentan noch nichts anderes. Das wird sich auch noch ändern, wenn das Spiel dann raus ist und wir unsere nächsten Franchise-Zoo aufmachen können. Ah, guck mal, hier hinten ist noch langes Gras. Wo haben wir noch langes Gras? Wo? So? Untertitelung des ZDF, 2020